Zeptus haben wir es geschafft, uns so weit wie möglich von externen Energiequellen frei zu machen und wir haben einen Öko Boiler, der bis zu 70 Prozent Strom spart, da er hier eine Luftwärmepumpe integriert hat, die die warme Luft ansaugt, das Wasser erheizt und die kalte Luft wieder abgibt und somit wissen wir, dass auch unser Wasser mit einer sauberen Energie erzeugt wird. Untertitelung des ZDF, 2020